Ein herz erfrischendes Morgen und herzlich willkommen zurück zu ner Runde Minecraft der harte Gärn. Rellas, mein Freund. Kär, kär. Eigentlich fällt mir grad auf, der Goro hat sich selber Welle 07 genannt. Es heißt nämlich rückwärts No Love. Da unten ist ein Creeper drin. Guck mal, jetzt lenkt er ab, weil ich recht hab. Hab ihn. Ich hab meine Armbustür geladen. Nur für den Fall. Hier raus. Ich dachte, wir können in dieser Session mal wieder Höhlen-Action machen. Letztes Mal war relativ langweilig. Ja, wir bürgern uns zu sehr ein. Ja, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich überhaupt nicht zielführend. Überhaupt nicht zielführend. Ganz genau, ganz genau. Achso, wir haben ja eine Ordnung. Mordblut da. Ach, Obsidian hab ich ja geholt. Stimmt. Aber in die Hölle trau ich mich nicht. Das könnten wir auch machen, diese Folge. Also irgendwas, irgendwas Geiles müssen wir machen. Also ich pack das Obsidian mal hier rein. Zack, zack. Dreckige Liebe. Wir haben dreckige Liebe gemacht. Ich wollte auch noch mal hier ein Karottenfeld machen und so, aber ich glaube, das ist alles nicht so mega wichtig aktuell, oder? Flint haben wir nicht, ne? Äh, einen, zwei vielleicht. Ne, nicht einen. Haben wir Gravel? Ne. Ich baue mir mal ein Schäufelchen. Habe ich ein Schäufelchen? Ne, ich habe gar kein Schäufelchen. Ich baue mir jetzt ein Schäufelchen. Aha. Beräut heute einen Sentimentalen. Eben die ja für die Schaufel, ne? Ja. Ja, klar. Ja. Du. Kannst doch nicht. Halt nämlich schon vier Paar Schuhe gemacht. So, Schäufelchen. Zack, zack, zack. Picke. Ne Eisenpicke bräuchte ich vielleicht, falls wir auf Diamanten treffen. Naja, okay. Ich muss mich auch noch mal richtig ausrüsten. Ich dachte, du wolltest... Du wolltest jetzt erst mal Gravel holen, oder was? Ne, 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 ne. Also gehen wir Höhlen-Action machen gleich. Habe ich halt nur einen Pfeil, weißt du? Also gehen wir Höhlen-Action machen. Ja. Aber du kannst ja mal, während du dich vorbereitest, gucke ich mal, ob hier im nahegelegenen Wasser Gravel ist, oder so. Okay, muss ich mich mal... Muss ich mich mal kurz vorbereiten. Ich habe auch noch keinen... Also die Uhr brauche ich ja eigentlich nicht mit, oder? Wobei, so eine Uhr ist eigentlich gar nicht so schlecht. In der Höhle, ich weiß nicht. Kompass? Ist ein Kompass wichtig? Ne, ne? Ach so, Kompass? Ja, weiß nicht. Gezeigt halt auf unseren Spawn, glaube ich. Ne, aber das ist ja auch nicht schlecht. Können ja mal gucken, ob wir Sets Spawn setzen können, dass wir nicht den Welten-Spawn bekommen, sondern... Ist kein Gravel. Sticks nehme ich auf jeden Fall mit. Ein bisschen Holz, ja. Oh, warte, ich nehme auch mal. Ich habe hier ein paar Bäume, ich nehme ein bisschen Holz mit. Moment. Wassereimer, Schwert. Armbrust, Pfeile, Kompass. Eine Schaufel könnte ich noch bauen. Ja. Ich nehme ein bisschen Holz mit. Wobei, eine Schaufel braucht man eigentlich nie. Gravel. Ich... Aha. Okay. Dann habe ich noch eine volle Axt, eine volle Picke. Noch eine zweite Picke tendiert man zu zweit. Ich weiß gar nicht... Hatten wir nicht auf 1,14 angefangen zu spielen? Hm, der hat heute geupdatet. Ja, 1,15, ne? Hm. Ist das das mit den Bienen? Ich habe keine Ahnung. Weil, äh, Bienen sollten jetzt in Minecraft reinkommen. Ich habe keine Ahnung. Wie heißt die Version jetzt? 1,15? 1,15, ja. Es soll ein Bienen-Update geben. Also, auch so mit Hives, glaube ich. Und Bienen und... Oh ja, Bienen. Aber das Problem ist, damit wir die Bienen in dieser Welt bekommen, müssten wir neue Chunks laden. Also Chunks, die wir noch nie betreten haben. Ach so. Weil die werden in alte Welten ja nicht reingepackt einfach. Ja. Bug-Fixes gibt's. Das ist Bugs. Wer will? Debug. Trash-Fixes. Das ist Bugs. Das ist Bugs. ZOMBI PIGMAN spawn eggs used on ZOMBI PIGMAN do not spawn baby ZOMBI PIGMAN What? ZOMBI PIGMAN spawn eggs used on ZOMBI PIGMAN do not spawn baby ZOMBI PIGMAN Ok Weirder changelog Ja gut, wir spielen auf 1.15 Ich bin ready. Sollen wir in eine andere Höhle gehen oder sollen wir in unsere Höhle gehen? Oh oh Ähm Ich bin in unseren Tee reingegangen In unseren See reingegangen Da drunter ist nämlich eine Höhle Aufgeploppt als ich den ganzen Gravel runter Kein Dingfin King Ach das ist hier die Höhle Ja genau Wir können es erlassen, dann haben wir hier wenigstens noch einen extra Ausgang Ja genau Äh, vollständig Ich hör die Kühe Ist das hier Gravel? Nee Hier ist... Oha So don't go Okay Da war dunkel Alles okay? Ja Ich hab nur mal eben ein Skelett gekillt Skeleton Wo sollen wir hin? Irgendwo runter oder? Ja Ja Eine neue Mine finden wir geil So eine richtige Mine Ja nicht so eine Pissmine, die wir hatten Da haben wir 8 Nee, warte, du hattest 4, ne? Ja, da waren wir schon mal Mal ausleuchten hier Hier ist Eisen, brauchen wir Eisen? Eisen kann man nie genug haben Aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt Hier ist dunkel, okay Das hat jetzt nicht Priorität, meinst du? Nee Oh shit, ich hab nichts zu essen mitgenommen Äh, ich hab 3 Fisch Und, warte, hier, Brot kann ich nicht mehr Ja, ich hab Brot Wie viel? Ich hab jetzt noch 4 und 3 Fisch Nee, ich geh nochmal hoch War das nicht hier oben irgendwo? Bring mal Federn mit Hier ist unsere Wohnung Bring Federn mit Jaja Ist kein Hall drauf gewesen, verdammt, falscher Effekt Bring Federn mit Brauchst du noch was zu essen dann? Wenn du das Brot zurückkriegst? Wenn du eh schon da bist Das Brot zurückkriegst, nee, ne? Und bring mal Kohle auch mit Obwohl, kann ich mich nicht abbauen, scheiß drauf Kohle kannst du auch, weil Ich geb dir noch einen halben Stack, äh Ja, warte, ich mach einfach noch ein paar Brote für dich Federn mitbringen sagst du? Ja Äh, wie viele? Alles Okay 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 Nur, dass du sagst Der Pfeile bauen So, ein bisschen Kohle mitnehmen für die Faggle Holz hab ich ja noch in der Täsch Da drüben bist du Bist du in den Wasserfall runter? Nee, äh, äh, nee Hast du fast den Lava gefallen? Andaman Ah, da bist du Ah Hallo Knöchig verstaucht So, was wolltest du haben? Du wolltest jetzt mal deine Brote haben und deine Federn Yeah Das war's Geil Äh, zack Oh Was ist denn jetzt los? Da war ein Gravel Ich dachte irgendwas Schlimmes Das ist schlimm Oh, wie gehen Pfeile nochmal, Mann Ja, äh Oben Ach so, jetzt ist es mittig, nicht mehr schräg Okay Was hast du? Früher war es schräg immer Ja, ist, heute nicht mehr? Nee, ist von oben nach unten gerade Ah Zeiten ändern sich Ja Und die Kids alle so Hä, das war's schon immer so Das war's schon immer so gewesen Noch nie anders gewesen Okay, also da unten ist, da unten ist Action, glaub ich Hab ich so'n Gefühl Meinst du? Ja Das sieht gut aus Ach du Kage Okay Ja, Yolo, wa? Das hier ist Gravel Mal ein bisschen ausleuchtet hier Ganz, ganz viel Gravel Und Lava hör ich auch Die hab ich auch schon weggemacht Ich hab... Ach, da unten ist der Obsidian-Weg Da ist Gold Nimm mal Gold machen mit dir Ich brauche Gold Oh, wie viel Gold hier ist Holy Shit Ja, hier gibt's immer Obsidian ohne Ende Wo haben wir ja jetzt? Surprise Motherfucker Ey Surprise Motherfuckers Oh, hier ist Action Geile Action oder eher so semi Weiß noch nicht, es ist dunkel hier und ein Zombie kam mir hingegen Und ein Skelett Da unten ist Lava Ja, okay Oh Gott, ja, mein Headshot vergeht Aber passt Redstone, haben wir Redstone schon? Ja Ja Wir saven das Hier erstmal Für Zombies Du hörst sie auch, ne? Ist ganz schön viel Lava Bist du über das Obsidian rüber? Bist du über das Obsidian rüber? Nö, ich bin hier Hier Unten noch Ja, also doch über das Obsidian Sind die hier drin, die Zombies? Hier ist immer n... Die sind hinter irgendeiner Wand Die drüber, oder? Ja Ja, hab's gefunden Finger schön aufm Schwertknopf halten Wenn du in so ne Sackgasse läufst, dann bist du immer total enttäuscht Ja Oh, and the man Oh, Fledermaus Guckst du um die Ecke, bewegt sich da was Erstmal ne dicke Fledermaus Welche Höhe sind wir? Höhe 16 Höhe 15 ist das Ding, ne? Ab 15, ja In the man Ist auch ne Fledermaus Und Spinne Noch ein Emerald Ah, hier haben wir schon was hingebaut Hier, ich hab auch ein Emerald Gott ist das hier Bedrückend in dieser Höhle Die hört aber auch echt nie auf, ne? Das ist un... Ist ein Pilz Ist ein Pilz immer ein Zeichen für irgendwas eigentlich? Nee, Andi, nee Hohe Luftfeuchtigkeit Okay Aber nichts in der Minecraft-Welt Äh, ne Hätte ja sein können, dass das irgendwie auf ne... Schlucht hinweist, oder so Ja Ja, so ne Schlucht wär jetzt schon... Voll krass Ein bisschen geil, so So, ich versuch dich jetzt wieder zu finden Ah, viel Spaß, ich weiß selber nicht mehr, wo ich bin Oh, ich habe live einen Kommentar auf eine Minecraft-Folge bekommen Soll ich mal gucken, was geschrieben wurde? Ja Warte Das wird sich voll nicht lohnen, wetten Ja, so Lohnt sich immer Äh Nefi, so macht man aber keine Eisfischen Oh TNT, ne? Stimmt Guck mal, wenn ihr fleißig Kommentare schreibt, steigt eure Chance, dass ihr vorgelesen werdet Hm Also... Immer schreiben Gerne mal Auch, man tendiert zum Zweitkommentar Ah, da ist dein Name Man tendiert zum Zweitkommentar Der Zuschauer von heute, der schreibt auch zweimal einen Kommentar Hm Das ist nicht nur gut für den Zuschauer, sondern auch für den YouTuber Oh shit Was ist passiert? Hier geht die Posse Posse? Ja Moment Ich komme Ich seh deinen Namen Lava trennt mich von dir Lava trennt uns voneinander So ein Disney-Movie-Song Lava trennt uns Voneinander Nein Wann das jetzt? Ah, da ist er ja Zum Glück habe ich meine Armbrust Neuladen Stirb Stirb, Kartoffel Skeletten hab ich Kommst du nochmal, oder? Ähm Oder hast du keinen Bock? Komm gleich Mach dann nichts, wenn du keinen Bock hast, dann weiß ich das Ich hab hier vielleicht einen Zombie gesucht, der hinter Wänden sitzt Weil jedes potenzielle Zombie-Geräusch hinter der Wand Könnte wieder so ein Dungeon sein, weiß Hm Oh, Spinnen Spinnen sind ganz schön wenige so in der Version Gerade irgendwie Oh, Lapis Lapis nehme ich auch mit Falls du mal einen Schatten im Table haben willst Oh, ich bin voll Scheiße, äh, ich schmeiß weg das The Walking Dead hier Soll ich Pilze mitnehmen? Ne, ne Oh, ich hätte fast einen Enderman gehauen Fuck, ich bin fast down Was? Oh Scheiße Ich bin doch nicht bei dir Ne, warum eigentlich nicht? Ja, weil ich dachte, du wärst in keiner Gefahr Das ist ein Enderman gehauen Ah, wo bist du denn lang? Da lang? Bei der Lava vorbei? Kann sein Ja, gerade hier Ich bin unten über dir Genau, genau, genau Ich bin jetzt vom Wasser getroffen worden Ja, ich hab hier Lava weggemacht Äh, Zombie kommen Ja Drüben bei dir? Ah, warte Bis auf, das Lava drunter Oh Gott Hinter uns kommen Zombies Ah, hier Sollen wir kurz Folge wenden Und dann nächste Folge Ja, warte, warte, warte Den mache ich ja noch Den mache ich ja noch Fertig So, jetzt können wir Folge wenden Okay, Leute Ich würde sagen Vielen Dank für's Zusehen Bis zur nächsten Folge Haut rein Tschüss 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 Tschüss